Moin und herzlich Willkommen zu Searchcamp, dem Online-Marketing-Podcast mit wichtigen Insights rund um SEO, SEA und Co. Mein Name ist Markus Hövener und jetzt geht's auch direkt los. Viel Spaß. Moin und da sind wir doch wieder bei Searchcamp und heute mit dem Thema EAT. Wir erklären natürlich gleich, was das ist. Ich bin heute nicht allein, denn jeder zweite Dienstag im Monat ist Interviewtag. Und heute habe ich den Alexander in der Leitung. Moin Alexander. Servus Markus, servus. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Man hört schon, dass du jetzt nicht gerade aus dem Norden Deutschlands zugeschaltet bist, sondern, wenn ich es richtig gelesen habe, wer Alexander nicht kennt, Geschäftsführer von Evergreen Media AR, GmbH. Das klären wir gleich noch. Und ja, aus dem wunderschönen Innsbruck. Genau. Aus den Bergen. Aus den Bergen, ja. Wofür steht das AR oder das AR? Also das ist einfach, sind meine Initialen. Ach so, okay. Genau. Das werde ich immer gefragt und ich denke mir immer, dass das offensichtlich ist, aber genau. Nein, es ist nicht. Okay. Ja, also wie schon gesagt, wir haben heute ein Thema vor. Du hast das vorgeschlagen und ich dachte so, ja klar, müssen wir auf jeden Fall machen. Das Thema ist EAT. Steht für Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness und ist ein Konzept aus den Quality Rater Guidelines von Google. Soweit habe ich das hoffentlich richtig vorgetragen. Genau. Und was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, du hast sofort gesagt, das ist ein geniales Laberthema und der Meinung bin ich auch. Genau. Okay, ja, dann lass uns labern. Vielleicht können wir uns erstmal an diesen drei Wörtern abarbeiten und die ins Deutsch übersetzen oder quasi, was ist damit jetzt konkret gemeint und wie trennt man so Expertise und Authoritativeness und diese Sachen voneinander? Kannst du das mal auseinanderdröseln? Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, wieso ich dieses Konzept liebe, ist, weil es Suchmaschinenoptimierung irgendwie erklärbar macht für Nicht-CEOs, also für, sagen wir mal, Normalsterbliche, weil Expertise ist für mich einfach, da geht es um spezielles Wissen oder umfangreiches Wissen zu einem gewissen Thema und dass man zeigt, dass man dieses Wissen hat. Autorität dreht sich natürlich in gewisser Weise um die soziale Position, die man jetzt vielleicht in seiner Branche hat und Vertrauenswürdigkeit dreht sich für mich um Reputation vielleicht von einer Marke oder einer Person und eben die Sicherheit, die damit vermittelt wird. Also Vertrauenswürdigkeit heißt ja letzten Endes, dieser Marke kann ich meine Kreditkartendaten geben oder denen kann ich medizinisch vertrauen und ich finde das Konzept einfach praktisch, um Nicht-CEOs zu erklären, wie sie gewissermaßen mehr Sichtbarkeit bei Google bekommen. Wobei, wenn es so ist, dann würde jeder oder fast jeder Unternehmer erstmal sagen, ja, habe ich doch, Experte bin ich, Vertrauenswürdig bin ich auch, Autorität, gut, da können wir noch drüber streiten, aber schon mal zwei von drei Punkten erfüllt, Haken dran, oder? Natürlich sehen, das ist ja eh generell immer das Problem, dass man die Sicht auf das eigene Unternehmen als Geschäftsführer ist, glaube ich, immer relativ problematisch und natürlich, wenn man das jetzt dann aus SEO-Sicht erklären würde, dann kommen natürlich die Details dazu, also dann ist für mich zum Beispiel Expertise, da geht es einfach darum, dass ich mein Thema perfekt mit Content abdecke, vielleicht schön in Themencluster, damit es verständlich ist für User und dass man seine Expertise auch zeigt, anhand von Informationen über die Autoren, Referenzen, also dass man Quellen referenziert, dass man Testimonials auf der Webseite hat und dann bei Autorität sowas wie, was wir eh kennen, Erwähnungen auf anderen Websites, vielleicht mit Links, vielleicht ohne Links, gewissermaßen eine positive Stimmung rund um deine Marke im Internet, also anhand von Bewertungen und Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit wäre dann wieder eben das, was ich eh schon angesprochen habe, das ist eher Satz von Google, würde ich dieser Seite meine Kreditkartendaten geben und dann, glaube ich, würden die meisten sagen, okay, vielleicht habe ich doch nicht so viel Expertise oder ich, weil letztendlich ist es Suchmaschinenoptimierung, wenn du jetzt eine Brand hast, sagen wir mal die Offline voll gut funktioniert, dann geht es ja darum, diese Marke ins Internet zu bringen und dann sind meistens diese Punkte nicht erfüllt, also in der Regel würde ich mal sagen, das ist, das war jetzt die einfache Erklärung, so wie es an Kunden, erklären würde, weil meiner Meinung nach ist es wichtig, so komplexe Sachverhalte einfach darzustellen, weil letzten Endes ist es für den Kunden oft eh nicht interessant, was dann alle einzelnen Punkte umfangen und so weiter, genau. Jetzt gab es nochmal so einen relativ berühmten Tweet von Danny Sullivan von Google, der hat nochmal ganz klar gestellt, ja, dieses EAT, das ist ein Konzept aus den Quality Rater Guidelines, um den Quality Ratern, die ja Suchergebnisse bewerten, etwas besser zu erklären, worum es geht, aber im Algorithmus ist dieses EAT eigentlich so nicht drin, also es gibt zum Beispiel laut Google keinen EAT-Score. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wenn das jetzt nur was war, um den Quality Ratern was zu erklären, warum scheren wir uns eigentlich da drum? Weil es dazu auch Informationen gibt von Google, wie sie gewissermaßen, dass sie halt, also EAT ist ein Konzept aus den Quality Rater Guidelines und letzten Endes passen sie den Algorithmus so an, dass, also wir haben, sagen wir mal, irgendein Set mit Ranking-Faktoren und dass die dann mit den, gewissermaßen die Ergebnisse von einem echten Menschen nachzustellen. Also, ich liebe einfach so den Satz, der Google Algorithmus versucht die Ergebnisse einer EAT-Bewertung eines echten Menschen nachzustellen. Ich finde immer, dass es dann viel verständlicher wird. Also, wie ich glaube, dass es funktioniert, ist, Google misst die Qualität seiner Suchergebnisse, bewertet die Website-Qualität, bla 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 bla. Ja, dann schauen sie sich das an, ob da, wenn man die Daten alle zusammentragt, ob da was Sinnvolles rauskommt und versuchen dann gewissermaßen basierend auf die Ranking-Faktoren, die was der normale Algorithmus hat, diese Seiten nach oben zu schwemmen. Also, deswegen, wo es, glaube ich, total viele Missverständnisse gibt, ist, ich glaube, Leute glauben oft, wenn sie jetzt eine Autorenbox zu einer Seite hinzufügen, dass sie dann besser ranken. Aber ich glaube nicht, dass die Autorenbox der Ranking-Faktor ist, sondern, dass sie anhand von klassischen Ranking-Faktoren messen, wie hoch der EAT ist. Das heißt, das ist eine Korrelationsgeschichte, dass sie versuchen, das nachzustellen, was ein normaler Mensch rauskriegen würde. Und wahrscheinlich ist dann das meiste aus EAT eh nur, aus meiner Sicht, sind Links und vielleicht einfach, dass man ein Thema vollständig abbildet, also, dass man alle Themen und Subthemen abdeckt. Und ich glaube, dass EAT als Konzept an sich total überbewertet ist, gibt es ganz andere Meinungen auch dazu, dass der Google-Algorithmus schon voll viel darin gehend nachstellen kann. Ich glaube, dass der Google-Algorithmus simpel ist, als man denkt. Ja, genau. Das hat ja interessanterweise, Sully, wenn auch damals geschrieben, dass er irgendwie sagt, okay, diesen EAT-Score oder so, das haben wir ja alles nicht. Aber wir hoffen, hoffen ist auch immer so ein blödes Wort, aber wir hoffen, dass der Algorithmus mit einem guten EAT aligned hat. Ja. Also, dass es halt zusammenfällt. Und so kann ich es mir auch durchaus vorstellen, obwohl es natürlich schöner wäre, wenn es so einen Score gäbe, den Google auch noch in der Search Console ausspielt und sagt, hey, du bist 0,8 von 1 bist du Experte und Autorität für das und das. Aber ich glaube, das kriegen wir alles nicht mehr so hin. Aber das Problem ist immer, bei allem, was sie ausspielen, dann könnte ein böser SEO wieder viel besser manipulieren. Und so ist es einfach viel schlauer, weil, also was ich liebe auch noch am Konzept EAT ist, dass, wenn sie wirklich gut darin werden, Seiten mit einem hohen EAT nach oben zu schwemmen, dann wird Manipulation meiner Meinung nach unmöglich. Weil, wenn ich Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit habe, dann, da gibt es ja keine mögliche Manipulation dann mehr in diese Richtung. Ja, das stimmt, klar. Ein Stichwort, was natürlich auch immer fällt, gerade wenn man sich die Quality Rater Guidelines nochmal anguckt, ist ja your money or your life. Das heißt, in ganz bestimmten Themen, sagt Google ja, sind unsere Anforderungen natürlich deutlich höher, vor allem in Bezug auf EAT eben, also Medizinthemen, Finanzthemen, Rechtsberatung, das ist so das Typische. Also immer, wo es um Geld oder Lieben geht, vor allem um viel Geld. Wie siehst du das so für normale Themen, also ich sag mal, ich weiß nicht, Reisebranche oder auch im Local SEO, ist EAT da trotzdem ein Thema für dich oder Shops? Da gibt es ja diese Abstufung, letzten Endes auch in den Quality Rater Guidelines und so weiter. Und wenn man sich jetzt dieses your money or your life wirklich anschaut in den Quality Rater Guidelines, dann fallen da eigentlich relativ viele Seiten drunter. Weil da geht es ja letzten Endes um, immer wenn eine Transaktion, eine finanzielle Transaktion stattfindet, dann ist eigentlich EAT relevant. Aber sie haben ja diese Abstufungen mit, für eben medizinische Seiten ist EAT super extrem relevant. Und für einen Shop ist es jetzt zum Beispiel weniger relevant, aber es ist nicht egal. Das heißt, nur wenn ich jetzt einen Hobbyblock habe, dann ist wahrscheinlich EAT irrelevant. Aber für mich sind letzten Endes EAT repräsentiert eigentlich das, was man bei SEO macht. Also EAT ist für mich nur ein Werkzeug der Kommunikation. Wir machen jetzt bei uns nichts anderes, seit EAT raus ist. Also es ist nicht so, oh, wir machen jetzt Suchmaschinenoptimierung anders, sondern es war nie anders. Man deckt sein Thema perfekt mit Content ab, man baut Links auf, man macht Reputationsmanagement, man kümmert sich um eine gute Nutzererfahrung auf der Webseite. Das heißt letzten Endes, es hat sich nichts verändert. Es ist nur so, dass EAT, so wie alles in der SEO-Branche, halt ein mega Hype immer wird. Wenn es irgendein neues Wort gibt, wir haben einen Kunden im HR-Bereich und die sagen immer, HR und SEO haben eines gemeinsam, nämlich jede paar Jahre werden bestehende Wörter umbenannt und dann gibt es einen neuen Trend. Ja, wahrscheinlich stimmt das sogar. Und irgendwann werden dann so Themen wie Voice Search einfach zur Grabe getragen und keiner interessiert sich mehr dafür. Genau, also ich weiß noch, ich war bei der SMX 2017, alle haben über Voice Search gesprochen und ich habe wirklich einen guten Vortrag zu Voice Search gehört. Also da waren mehrere Vorträge zu Voice Search und ich war schon halt super skeptisch, weil ich habe mir nicht vorstellen können, dass im Eigenheim vielleicht ja, aber dass Voice Search jetzt wirklich so viel Suchvolumen ausmacht. Und ja, also Voice Search, ja. Lass uns nochmal, du hattest ja das schöne Thema Linkaufbau, was ja natürlich keiner macht, aber wenn man EAT ernst nimmt, dann dürfte man ja eigentlich keine Links mehr kaufen, oder? Weil die Links, die wirklich ich transportieren, die müssen ja eigentlich, ich sag mal, wirklich organisch entstanden sein, so als Ritterschlag, weil ich eine Autorität bin, hat die und die Uni auf mich verlinkt oder der und der Fernsehsender oder sowas. Das sind ja Links, die man jetzt nicht so wirklich gut kaufen kann, oder? Ja, das ist natürlich generell ein heikles Thema, aber es ist prinzipiell ja so, dass meine Theorie generell zum Thema Links ist, dass extrem viele Links schon mittlerweile entwertet werden und relativ wenig Links heutzutage noch 100% zählen, das heißt jetzt nicht, dass man sich trotzdem um Links kümmern sollte, aber ich glaube, dass Google relativ gut in manchen Bereichen ist, weil die meisten SEOs, die Links aufbauen, da sind klare Muster zu erkennen, aber was Google ja nicht sagt, ich darf ja Online-PR machen, Online-PR ergibt auch Links, das heißt, das Thema Linkaufbau, dass das verboten ist, das Wort ist höchstens verboten, aber sonst fällt ja fast alles, wo ich aktiv PR mache unter das Thema Linkaufbau, finde ich ein heikles Thema, aber ich glaube, dass Google mittlerweile gut darin ist, zu erkennen, wie leicht es ist, von einer Website einen Link zu kriegen und dementsprechend lassen sich halt mehr oder weniger Juice fließen. Aber man muss ja ganz ehrlich sein, Linkaufbau funktioniert einfach unvorstellbar gut, es ist einfach so und es ist wahnsinnig schwierig heutzutage für Firmen, die nicht, sagen wir mal, Marketing nahe sind, wirklich natürliche Links zu kriegen, also ich finde es immer so lustig, wie das bei uns ist, wir machen eben diesen YouTube-Kanal und wir machen jetzt so Sachen wie diesen Podcast mit dir und so weiter und wir kriegen ja tatsächlich natürliche Links und starke Links, aber für die meisten Firmen, für einen Online-Shop ist das, ich würde jetzt mal sagen, nahezu unmöglich, dass die Links kriegen und wenn wir uns die großen deutschen Online-Shops anschauen, das habe ich ja für den letzten SMX für den Vortrag gemacht, ich würde mal sagen, dass 95% dieser Links sind gekauft und die dominieren trotzdem ihre Märkte, das heißt, wie gut, also die Frage ist, wie gut ist Google in der Erkennung von Links oder wie wenig Links braucht man, um zu ranken, also die dann tatsächlich zählen. Ich meine, wenn alle Shops gleichmäßig misst kaufen, ist es ja egal, weil dann rechnet es sich ja wieder raus. Genau, das ist ja meine Theorie zu diesem Thema, ist genau das. Alle haben diese, wir kennen alle die Verlage, die Links kaufen, ich glaube, jeder SEO hat diese Listen zugesendet bekommen, das heißt, der hat Google sicher auch zugesendet bekommen und dementsprechend sind die sicher schon bezüglich, dass sie Link-Juice passen, tot und trotzdem kaufen alle, es wird eh niemand abgestraft, aber es ist natürlich ein geniales Konzept, weil die Unternehmen, die die ganze Zeit Links kaufen, die haben ja trotzdem nur den Schaden, dass sie Links kaufen, die nichts bringen. Aber jetzt hast du ja eben auch gesagt, so Leute wie wir, die halt sowieso, ich sag mal, ihre Nase in den Wind halten, die müssen eigentlich keine Links kaufen, weil wir schaffen es, dass gute Links organisch entstehen. Und wir kriegen ja auch Angebote, also ich sag's jetzt mal bei dir, also ich mein jetzt nicht, ich hab jetzt nicht Angebot-Link-Kauf gemeint, sondern wir kriegen Angebote für Magazine zu schreiben. Dementsprechend ist es für uns voll einfach. Aber ich mein, das Spannende wäre doch oder ist doch, finde ich sogar, Unternehmen zu transformieren, dass sie da hinkommen. Ja. Wobei jetzt so schwierig. Genau, schwierig wäre jetzt auch meine Haltung. Natürlich hast du, hast du mal diesen Glücksfall dabei, wo du den einen wachküsst und der sagt so, wow, ja, ich wollte eigentlich immer schon Podcast, einen Blog auffüllen und, weiß ich, Fernsehauftritte en masse machen. Ist mir selten gelungen, muss ich sagen. Also so ein, zwei fallen mir da ein, wo ich auch sage, ja, cool. Und gerade auch Shop-Betreiber, wo ich auch, wo ich oft diesen Punkt habe, dass, wenn du die Leute triffst, merkst du, dass sie total für das Thema brennen. Und dann gehst du auf die Webseite und denkst so, ja, aber von diesem Brand merke ich hier gerade nichts. Also hast du Erfahrung, hast du, ich mein, schwierig hast du schon gesagt, dass es nicht leicht ist, Unternehmen dahin zu transformieren. Aber hast du da Erfolgsgeschichten oder wie gehst du eigentlich mit diesem Zwiespalt um? Wir machen einfach alles letzten Endes über Content Marketing und in den meisten Branchen ist es nicht so schwierig, was Herausragendes zu machen, was dann verlinkt wird. Also wir machen einfach richtig coole Sachen. Also sagen wir mal, das kann was Interaktives sein und so weiter. Und dann sehen wir das einfach. Und das ist das, was meiner Meinung nach am allerbesten funktioniert. Und das fällt auch nicht unter die Kategorie Linkaufbau. Und das ist das einzige Konzept, was aus meiner Sicht skalierbar für eine Agentur funktioniert, weil du kannst keinen Geschäftsführer dazu zwingen, dass er jetzt da voll die Medienpersönlichkeit in seiner Branche wird. Wir haben auf jeden Fall positive Beispiele, aber ich bin halt der Meinung, dass dieses Thema Content Brand, was ich glaube, was die Zukunft ist, nicht jetzt im deutschsprachigen Raum vor allem, also es gibt immer diese herausragenden Beispiele, wo jemand sowas durchzieht. Und das ist voll cool und es funktioniert voll gut. Aber ich glaube, das ist bei uns noch nicht so angekommen, dass es wichtig ist, also dass Content generell einen Wert hat und nicht etwas, was man einfach bei einem Content Broker kaufen kann. Ja, aber wir kommen ja langsam dorthin, weil es ja immer mehr Beispiele gibt von dann einzelnen Persönlichkeiten, die ihre Marke basierend auf Content hochziehen. Genau. Aber es ist schwierig. Also ich sage es immer so, ich wüsste bei den meisten von unseren Kunden genau, was dahingehend zu tun wäre. Und trotzdem, es ist halt auch nicht so leicht, wenn nicht der Geschäftsführer das selber machen will, weil dann hast du das Problem, wer soll das dann machen, wer hat gewissermaßen das Fachwissen und das Interesse daran, doch in einer gewissen Weise eine Rampensau zu sein und so weiter und so weiter. Aber Mitarbeiter-Branding ist meiner Meinung nach eines von den Sachen, die am wenigsten, also die viel zu dürftig gemacht werden heutzutage. Also wir haben da für unsere Agentur große Pläne und ich glaube, dass das einfach total cool ist, wenn sich Leute selber positionieren können. Genau. Früher gab es ja beim Thema EAT, gab es diese Unterteilung noch nicht zwischen Creator und Website, also Autor und Website. Mittlerweile, weiß ich so seit ein, zwei Jahren, trennt Google das. Und das lässt natürlich die Frage offen, ob es ein Autorenkonzept bei Google gibt, also ob Google wirklich weiß, wenn da jetzt ein Blogbeitrag ist und unten drunter steht, ist von Peter Müller geschrieben, ob Google das irgendwie strukturiert abspeichert und sagt, ah ja, Peter Müller, den kenne ich, das ist ja ein Experte für da, 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 weil der hat schon in dem Blog und in dem und in dem Magazin was geschrieben. Glaubst du, dass es das gibt? Ja, 100 Prozent. Also ich glaube, dass sie, wenn es um dieses Thema Entitäten geht, wie gesagt, ich bin nicht der Entitäten-Experte, der Olaf ist der Entitäten-Experte, aber wenn es um das Thema Entitäten geht, glaube ich, ist Google schon extrem weit, dass sie Normen zuordnen können, dass sie Marken zuordnen können und so weiter. Jetzt natürlich nicht alles im Knowledge Graph, sondern eher im Knowledge Vault, aber ich glaube, da sind sie schon richtig, richtig gut. Also ich finde es halt immer noch extrem schade, dass dieses coole Authorship weg ist, weil das war mega cool mit den Fotos in den Serbs, aber ja. Ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her, oder? Ja. So lange? Ich glaube, ja doch, warte mal, jetzt haben wir 20, ja, das ist wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall zehn Jahre her. Also für alle da draußen, die jetzt noch nicht so lange im Thema SEO drin sind, früher gab es so ein Rel-Author-Markup und man konnte eine Seite mit einem Google-Plus-Profil verbinden. Jetzt müsste man eigentlich noch kurz erklären, was Google-Plus ist, aber das wäre ziemlich boshaft, deswegen lasse ich das einfach. Aber ja, das war eine coole Sache, weil so konnte man wirklich, ja, hätte man theoretisch wirklich auf fünf Publikationen irgendwas schreiben können und hätte durch dieses Markup immer sagen können, nö, das ist alles von Peter und das war ja auch das, was Google mal gesagt hat, dass wenn sie zum Beispiel auf einem schwachen Portal einen Artikel von einem starken Autor finden, so haben sie es damals ja mal kommuniziert, dann hebt das quasi diesen Artikel nach oben. Ja. Und ich sagen muss, das sehe ich so in der Praxis jetzt heutzutage nicht. Nicht, oder ich habe zumindest kein Beispiel dafür, wo ich sagen würde, da ist ein, da hat wirklich jetzt eine Koryphäe auf einem minderwertigen Portal was geschrieben und das Ding rankt trotzdem gut, deswegen, weil er das geschrieben hat. Oder glaubst du das? Ich glaube, da müsste man, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das Gefühl habe ich auch nicht, aber ich glaube, das müsste man sich konkreter anschauen über Massen an Daten, weil schwer zu sagen, ob das so ist. Das wäre super spannend, aber zu dem Thema Authorship, das ist auch eine Diskussion, die wir öfter führen. Ich sage immer, weil es einfach so oft eine Debatte ist, wenn man nicht mit seinem Namen für seinen Content stehen will und eben dann Redaktion schreibt, dann ist es meiner Meinung nach schon eine sehr, sehr klare Ansage. Weil für mich bedeutet das, du vertraust deinem Content selber nicht und wieso sollte Google Content ranken, wo sogar der Autor nicht mit seinem Namen dafür stehen will. Das ist voll spannend. Finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema, dass das immer noch heute so ist, dass man oft schreibt, Redaktion. Also stimme ich dir zu, ich kann mir natürlich verschiedene Gründe vorstellen, warum Unternehmen das so machen. Zum Beispiel, weil sie ihre Mitarbeiter nicht exponieren wollen oder natürlich auch einfach, weil der Content einfach von irgendwelchen Leuten zugekauft wurde oder von irgendwelchen Netzwerken zugekauft und qualitativ jetzt nicht so wahnsinnig ist. Aber dann sollte ich das vielleicht gar nicht publizieren, wäre dann mein Thema. Also würdest du dann Leuten immer dazu raten, Autoren zu exponieren, also Biobox drunter und dann nochmal, hier ist dieser von Peter Müller, der der führende Experte für Laminatverlegen in Eigenheimen ist. Wie gesagt, das liegt natürlich daran, auf was für Skala, aber jetzt, wir machen ja zum Beispiel wenig und sogar lokal würde ich das machen, weil wie viel netter ist das, wenn drunter steht, der Name der Person. Also ich vertraue dem Content allein schon mehr, weil da ein Name von einer Person steht und ich glaube, das Thema Ghostwriting darf man jetzt auch nicht zu schwer nehmen, weil es werden ja heutzutage Bücher von Ghostwritern geschrieben. Ja, das ist dann halt so. Aber Hauptsache, da steht jemand mit seinem Namen dafür. Dann soll er halt diesen Artikel gründlich prüfen, ob der stimmt, ob da alle Informationen korrekt sind. Jetzt glaube ich, sind wir uns einig, dass EAT eigentlich eher so ein Wischi-Waschi-Thema ist, so ein Laber-Thema. Das heißt, da steht eben nicht so eine Skala dran, du hast 0,7 EAT oder so. Wie integriert man sowas dann in so ein SEO-Audit? Also wenn du jetzt einen Kunden auf den Tisch kriegst, was guckst du dir an, um auch diesen Thema EAT, um das Thema EAT mit reinzunehmen? Eben, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich sehe EAT eher als Konzept über dem Ganzen. Also es macht zum Beispiel SEO leichter zu erklären und dann würde man einfach Punkte zum Beispiel dem Thema Expertise zuordnen. Das heißt, hat man alle relevanten Keywords zu diesem Thema, zu diesem Überthema abgedeckt. Das heißt, es würde zum Beispiel in Expertise einfließen, ist klar, wer hinter diesem Content steht. Das heißt, ich könnte letzten Endes ein Audit aufbauen nach Expertise, Autorität, Vertrauenswürdigkeit und vielleicht nur den Punkt Needs-Met, halt Relevanz zu den Kundenbedürfnissen. Also ich sehe EAT einfach als beschreibendes Konzept für Suchmaschinenoptimierung, weil letzten Endes ist es ein Teil der Seitenqualität oder wie Google Seitenqualität bewertet. Das heißt, für mich ist es nicht so, ich mache ein SEO-Audit und jetzt muss ich diesen zusätzlichen Part EAT machen, sondern EAT ist eigentlich schon, das beschreibt sowieso einen Teil von diesem SEO-Audit. Und ich glaube, das muss man sich als Agentur halt überlegen, wie man das kommuniziert. Wir machen das ganz gern mit, dass wir sagen, hey, Google, das ist wie Google Marken bewertet, eben anhand von der Expertise, Autorität, Vertrauenswürdigkeit, hat die Marke einen positiven Zweck und trifft die Marke die Bedürfnisse der Nutzer. Ich glaube, so kann man das super gut an jemanden kommunizieren, der keine Ahnung davon hat und dann kann man theoretisch, das machen wir jetzt weniger, aber ich kann ein komplettes SEO-Audit nach diesen Punkten auftrennen. Weil letzten Endes alle technischen Themen würden letzten Endes, aus meiner Sicht kann man Vertrauenswürdigkeit, ob die Webseite jetzt angenehm zu verwenden ist und blablabla, könnte ja letzten Endes da drunter fallen lassen. Wie gesagt, das ist alles, könnte man argumentieren, aber ja. Aber es heißt ja, in der Konsequenz, also gerade für alle Leute da draußen, ich glaube, uns beiden ist das klar, aber dass so ein reiner Crawl einer Website, gerade die technischen Sachen und so, das hat mit Sicherheit seine Relevanz, je nach Website auch, aber es reicht auf jeden Fall nicht, jetzt einfach nur auf Seitentitel zu kurz, Haraf Lang, okay, und all das Zeugs zu gucken, sondern du musst dich wirklich auch mit deinem Content auseinandersetzen. Also letzten Endes ist ja jeder, der sich mit SEO beschäftigt und noch ein Laie ist, dem sollte klar sein, dass letzten Endes das Wichtigste der Content ist und danach es vermarkten dieses Contents. Und dann kommt irgendwann die Technik, also Technik ist halt dann voll wichtig, dass man schön aufbereiteten Content gut präsentieren kann und angenehm für den Nutzer präsentieren kann. Aber letzten Endes ist es dann eher eine Aufbereitungsgeschichte, ladet es angenehm, springt es herum, ladet es schnell und so weiter, ja. Und natürlich gibt es noch immer technische SEO-Themen, wie zum Beispiel, ich sage immer, die Reduktion vom URL-Korpus, das fällt unter keines dieser Punkte, muss man jetzt ganz ehrlich sein, weil es ist einfach ein SEO-Thema, was nur für den Algorithmus essentiell ist. Vielleicht noch, vielleicht können wir noch den Ausblick wagen, in den Quality Rater Guidelines gibt es ja auch so ein Change Log, das heißt, man kann nachgucken, was so passiert ist. Und ich habe jetzt nicht die genauen Daten vor mir, aber allzu oft wird dieses Dokument ja nicht aktualisiert. Ich denke so einmal im Jahr, ein bis zweimal höchstens. Glaubst du, dass wir so einen stabilen Stand erreicht haben, also dass dieses EAT-Konzept uns noch ein paar Jahre begleiten wird? Oder wird Google da irgendwann noch was Neues aus dem Hut zaubern und die Messlatte noch mal höher hängen, was das Thema Content und all das angeht? Ich glaube, dass die Quality Rater Guidelines jetzt mal relativ ähnlich bleiben. Mal schauen, wie jetzt das dann alles wird mit die Core Web Vitals, ob es da jetzt nochmal spannend irgendwas Neues gibt. Aber grundsätzlich ist das für mich letzten Endes ein fertiges Konzept. Also wenn man sich überlegt, wie man Marken oder Entitäten bewerten könnte, dann sind die Quality Rater Guidelines einfach relativ vollständig. Also für mich, jeder, der grundsätzlich dieses Konzept verstanden hat und das versteht, was in den Quality Rater Guidelines steht, weiß grundsätzlich, was zu tun ist. Die Details sind dann natürlich eher nicht so leicht umzusetzen, aber ich bin eben der Meinung, SEO schaut immer von außen wie Hexenwerk und super magisch und was Gott was aus. Aber letzten Endes, die Prinzipien sind ja relativ einfach. Wenn man eine Marke aufbaut, sind das halt die Bestandteile, die man braucht. Bestandteile, die man braucht und dann die Details, da wird man halt bei SEO leider, oder leider, Gott sei Dank, einen Partner brauchen, der einen dabei unterstützt. Weil einfach für Unternehmen es noch heute so schwierig ist, Content zu machen, der zugeschnitten ist auf die Zielgruppe, weil die meisten einfach aus meiner Sicht dieses Konzept nicht verstehen. Das heißt, nein, ich glaube, es wird sich jetzt nicht allzu viel ändern, weil es einfach… Ich wüsste jetzt nicht, was fehlt in diesen Quality Rater Guidelines. Ich finde sie richtig gut gemacht und wenn ich die liest, dann denke ich mir, ja, es gibt diese 15 Punkte, die ich machen sollte und dann weiß ich eigentlich alles, was ich machen muss. Ich glaube, für viele würden so harte Regeln fehlen wie Keyword 13 Mal rein, mindestens ein Trust Link, aber ich meine diese Zeit… Aber diese harten Regeln sind ja alle letzten Endes schon lächerlich, dahingehend, dass wenn man jetzt wirklich SEO macht, dann weiß man, dass in jeder Nische wirklich das Spiel ein wenig anders gespielt wird und es wirklich auf das individuelle Keyword ankommt, was dann wirklich, wirklich die Faktoren sind. Also, ich bin ja immer nur der Meinung, dass SEO eigentlich gar nicht so schwierig ist, wenn du dir anschaust, was rankt und dann von dort aus alles reverse engineerst, dann ist SEO eigentlich gar nicht so schwierig. Nur die Leute machen es sich so schwierig, weil sie Content nicht wertschätzen. Content ist das tollste, wichtigste, essentiellste Asset, wenn du online bestehen willst. Also, jetzt, was du jetzt hier produzierst mit Podcasts, wer nicht dahinter ist, Content zu produzieren, relevant zu seiner Marke, der wird es halt online wahnsinnig schwer haben. Ich glaube, was natürlich vielleicht einige da draußen auch noch bremst, ist, dass sie immer noch versuchen, diesen einen Trick zu finden, diesen einen technischen Hebel. Also, ich kriege das ja ganz oft mit, dass Leute sich irgendwelche Tags zu Tode optimieren oder da muss ein ganz bestimmtes Markup rein, sonst ist die Seite nicht perfekt. Da denkst du, ja, ist ja ganz nett, aber guck dir doch mal deinen Text an. Also, da, glaube ich, behindert uns die Historie von dem, was SEO mal war, auch definitiv noch daran, was SEO mal sein wird oder eigentlich auch schon ist. Ja, das ist extrem gut zusammengefasst, weil für mich gibt es keine SEO-Hacks. Also, wenn du ein Schrott-Content hast, egal wie gut dein Serp-Snippet ist, spielt keine Rolle. Und egal, was für einen fantastischen Link du dir kaufst, wenn der Content nicht passt, ist alles egal. Wenn du vieles richtig machst aus SEO-Sicht, aber du hast kein grundsätzlich gutes Marketing-Konzept, dann wirst du nicht gewinnen. Also, es ist letzten Endes für mich SEO einfach Kundenzentrierung und wenn du konzentriert bist, dann leitet sich alles logisch ab. Also, für mich ist es alles, wenn ich mir anschaue, wie Google funktioniert, dann schaue ich mir an, hey, zu diesem Keyword will der User offensichtlich das und das sehen. Dann produziere ich den Content, passend zu meiner Brand und alles andere ergibt sich daraus. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang reden. Das stimmt. Aber irgendwann dreht man sich schon im Kreis und im Kern, glaube ich, hast du wirklich recht, ist, die Idee von SEO ist total einfach. Ja. Aber es ist halt auch das Problem, dass Wissen immer ungleich Umsetzung ist und du hast recht, es ist gut, dass es Leute wie dich und mich noch gibt, die mit ihren Agenturen in solchen Feldern helfen können. Genau. So ist es. Also, Alexander, vielen Dank für deine Zeit. War schön, dich hier zu haben. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Sehr gerne. Ich hoffe, dass wir uns nochmal in real life sehen, irgendwann in diesem Jahr. Ich glaube, das kriegen wir hin. Also, hoffen wir mal, dass wir es hinkriegen. Genau, spätestens vielleicht auf der SEO kommen in, das ist das Ende November, vielleicht bis dahin haben wir es halt so langsam durch. Wir haben im Vorgespräch schon herausgefunden, dass Deutschland und Österreich vielleicht ähnlich unperfekt sind in der Bereitstellung von Impfdosen. Muss man sehr vorsichtig zu umschreiben. Also, wir hoffen, dass wir bis dahin alle dran sind und dass das, zumindest das Wort des deutschen Gesundheitsministers noch was taucht. Dass wir im Sommer alle ein Impfangebot haben, wann immer das sein mag. So. Hoffen wir es. Hoffen wir es, ja. Ansonsten, an euch da draußen. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht eine bessere Idee davon bekommen, was EAT eigentlich ist. Dass es nicht so eigentlich das komplizierte Ding ist, aber vielleicht das wichtige Ding. Und damit möchte ich euch für heute entlassen. Ich wünsche euch was. Macht euch eine gute Zeit, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.